Ja, so einfach wird man ins Gefängnis geworfen. Wir haben ohne Baugenehmigung gebaut. In Minecraft. Wie das Ganze weitergeht, ich weiß es nicht. Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Moin! Wie geht's dir? Wie ist die Püste? Das ist Sand. Also das ist ja mal so skurril. Das ist halt so eine Sache. Das ist wie wenn ich euch erkläre. Also wenn mich jetzt jemand fragt, was ist das? Eine Brille. Okay. Anders. Das ist blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Eigentlich nicht. Also ich habe einfach nur gebaut, aber wusste nicht, dass ich eine Baugenehmigung brauche. Es tut mir leid. Das ist ein Lüge. Ich weiß halt nicht, was wir machen sollen. Wie wir überzeugen können. Ob wir die überhaupt überzeugen müssen oder ob wir einfach so freikommen. Die Brille aus dem kleinen kleinen... Ahem. Bleib hier. Kein Problem. Ich bin sicher, dass du sehr gut bist. Reginald, du musst mich hören. Aiden hat der Bündner verletzt, damit er die Eversource selbst kann. Es ist nicht viel Zeit. Sie sind persönliche Gäste von der Bündner. Und natürlich, vielleicht nicht ich sie mag, aber ich vermutlich bin ich... ...paranoid. Ja, damit sie irgendwie an diese Dings rankommen. Also das... Das war mir schon von Anfang an klar. Kein hypothetisch, warum sollte ich... Weil du weißt, dass es das Richtige ist. Bumm! Und du lässt die Tür offen. Okay, okay. Also wir sind manipulatorisch auf jeden Fall am Start. Wobei wir sind ja auch die Guten, also... Ich sag dazu einfach mal nichts. Ich will einfach nur nicht, dass Aiden sie bekommt. Ob ich sie hab, ist mir relativ egal, aber Aiden sollte sie nicht haben. Ja. Ja. Hallo. Wir müssen leise sein. Okay. Jetzt sind sie auf Erde. Gut, bei denen sind Rohstoffe ja sehr rar, aber ich würde sie sich gerne auf Erde sitzen wollen. Warum seid ihr hier? Warum seid ihr hier? In der Welt sind sie hier? Wir haben eigentlich geplant, dich aus der Strecke, aber... Ich glaube, dass ihr das aufgerissen habt. Hallo wieder, Jesse. Es scheint, dass Gott uns unsere Reaktion umgekehrt hat. Ich hätte hofft, dass das passiert wäre. Hast du diesen Mann, Petra? Ja. Er hat mir wirklich geholfen. Er ist cool. Wenn die das zeigt, dann... Ah. Okay, ich verstehe schon. In short, my people want to free the Eversource from the founders' clutches, so that everyone may use it. If Aiden and his blaze rods steal the Eversource, we'll just be trading one tyrant for another. And I won't allow that. Yeah. He's gotta be stopped. If we work together, we can find it first. I do like the idea of beating Aiden. Willkommen im Team. I'm happy to have you aboard. Welcome to the Team. Sehr schön. Will in die Hand. Ja, wie wär's, wenn Olivia dann hier... Ach ja, Olivia ist ja gar nicht da. Ja. Ähm. Ja. 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 Wir warten. Und wir warten. Und ich sollte einfach mal die Klappe. So, was gibt's denn hier? Wie kommt ihr an Bücher von Soren? Wie kommt ihr an Bücher von Soren? Ja. 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 Wir sitzen auf Erde. Oh. Es stürmt. Jesse. Thank you by the way for getting arrested with me. No one's ever done anything like that. Gerade wenig. Ui. Ich hoffe ihr hört das nicht. Ah ne, das ist jetzt in-game. Okay. Ähm. Ja, wir gehen mal zum Baum. Da ist der Cobblestone-Generator. Okay, dann ist doch kein Portal als ein Cobblestone-Generator. Stimmt, die fangen ja mit nichts an. Das ist ja wirklich Skyblock-like. Wie schon gesagt, im ersten Part. Skyblock-mäßig oder im zweiten. Da ist er. Ein Pflastersteingenerator. Das heißt Cobblestone-Generator. Ja. Ja. Lava-and-Water. Placed exactly far enough, that when they collide, it creates Cobblestone. Genius! Also wenn das die Eversurce ist, dann... Das ist ingenious. Der Dude hatte doch Sticks. Milo, die hat er doch vorher so einem Typen angedreht. Oder andersrum. Ich weiß es nicht genau. Jo, hast du noch ein paar Sticks für mich? Petra, hast du vielleicht Sticks für uns? Hast du jemanden? Not yet, but the acoustic are funky in this place, so it's hard to tell when people are coming. We shouldn't hang around. Got it. I'm glad you're okay, by the way. Thanks. Me too. Hallo! Hallo! Ich bin auch da! Jetzt kommen ja wirklich Leute. Jetzt ist das Spiel mit meinem Mikrofon verbunden. Das hier hinten ist halt auch so unnötig. Aber es muss doch irgendwas geben. Ich bin auch der Crafting-Table. Ich bin auch der Crafting-Table. Ich bin auch der Crafting-Table. What about punching the tree? Oder vielleicht diesen toten Busch? Ich weiß auch nicht. Aber könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja. Ah. Okay, das ist neu. No one will miss one dead bush. Perfect. I think that should be everything I need to make a lever now. Ja, ich glaub schon. Okay, let's do this. Äh, soviel ich weiß. Also, ich spiel ja nicht viel Minecraft im Survival-Modus. Aber ich glaub, man macht den Hebel so. Ja. Ganz easy. Also, ähm, ähm. Könntest du mir vielleicht aus dem Weg gehen? Ich sehe jemanden so confident and sure in their building abilities. You and your friend Petra have been very inspiring to me and my people. With your help, we may finally liberate ourselves from the founders' clutches. Daebel hat auch ein sehr komisches Ding im Inventar hier. Und bumm. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, oder was ich grad schon nicht sagen soll. Das in VR eindeutig tot. Danach. The Eversers. Was ist, wenn die Eversers ein Command-Block ist, der in den Kreativ-Modus versetzt? Aber dann würde sie nicht sagen, dass es, äh, schwer zu erreichen ist, oder schwer zu tun. Hm. Ecks? The sign says sheep, not eggs. Might as well throw it and give it a shot? Das ist ein Spawn-Eck. Die kennen das alle nicht. A sheep? Is, is that a monster? That is not so bad. It is fluffy. The eggs all have creatures inside them. And they're all different colors. They must be, you know, color-coded, what's in them. So, she can just spawn things whenever she wants to. The Eversers is the Kreative-Modus. Oh. Stay on your toes! We're close! Ah! I can't wait! Okay, immerhin, wir wissen jetzt, die Eversers ist zu 100% der Kreativ-Modus. Zombies. Zombies. Pigs. Peeps. Peeps. Slimes. Spider. Gassed. Zombies. Ruben? Wieso sahst du aus wie Ruben? Wieso sahst du aus wie Ruben? What? The Eversers. It's just a chicken. So, the chicken lays the eggs, and the eggs make monsters, and the loot from the monsters made this place. Well, throw it in the minecart and let's get out of here. We're still taking it, right? The chicken that the entire city depends on? Are you sure that's a good idea? What are you talking about? We need to bring it to the people. With it we'll finally be free of the founder. But that clucking thing is what we came for. Milo's right. The Eversers is the Eversers. The Eversers. What? What? I thought that was the whole point of this adventure. That we're this Quelle stealn. I knew it. I knew you were here to steal from me. Pain. Oh, she's too fast. Just give me a second to catch my breath. Hey, get your... Says the trespassing criminal. It's just like I told you founder. They're here to steal the Eversers. Of course. The classic order of the stone. You don't say. What? No. Don't believe them. You have the wrong idea. Shut up criminals. Oh, Aiden will you just shut up already? And I'm supposed to believe the escaped convicts? Aiden warned me that you were a pack of thieves. And here you are. Prepare to make off with the one thing that he depends on to survive. Boy. I think we all know how this is going. I almost feel bad. Yep. Afraid I'm going to be taking the chicken. It's mine now. What? This is outrageous. Aiden. Don't do this. Creeper. Somebody order eggs. Oh, man. Ich hab gedrückt. Obviously. So we're back in the mine. Got our pickaxe swinging from side to side. Side to side. Side to side. Side to side. You got me, Lucas. Got you. Heads up. You hear the sound. Turn around. Okay. Focus! Oh, God. Fizzle, buddy. Oh, no. It's you again. I can never forget those eyes. 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 Okay. I'm pooping. You see me falling. Stop screaming. This is all your fault. Thanks to you, we get to see what really happens when you fall off the islands. Hey, you can't pin this on me. This is your fault. Are you serious? Yeah, I'm serious. Trusting the blaze rods, hiding the Eversource? I didn't do any of that. Hmm. I can't decide whether I want our death to be painless for my sake or excruciating for yours. Land. Impossible. That's impossible. Jessie? There. Can we get to it in time? It's gonna be close. Fre x2 Let's go every minute. I don't want to kill you. It's so I've been on my mind and left. And. Do it at the same time. I'm chilling. Like over, keep it on me. That's a piece. It's all your fault. Really, stop. Okay, lieben wir das halt noch mal, also wenn ich noch mal sterben sollte, schneide ich euch das ganze Zuckerleckerbäcker zusammen. Hier geht's extra weit nach vorne. Ich sollte das schaffen so, oder? Doppelpunkt, Punkt, 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 Punkt. Was? Jesse? Holy crap, du bist da auch hier? Lukas, du hast es geschafft! Ja, nur ein bisschen schlimmer für den Weg. Ich muss sagen, Aiden ist schwer als ich erinnere mich. Das hat mich ziemlich gut. Ich bin so glücklich, dass du okay bist. Wenn Aiden auf die Seite gestellt hat, das war schrecklich. Ja, ich war nicht ein großer Fan, auch. Das war gut für dich, zu versuchen, zu retten den Founder zu retten. Uh, zu sprechen von dem, ist sie okay? Sie ist einfach so, wie schrecklich. Uh, lass mich fragen. Founder? Miss Founder? Ich hoffe, sie ist nicht in shock, oder so. Das ist die Kuh. Ja, Eben, warum bist du... Ja, aber... Also... Nicht zu vergessen, dass es alles drei Millionen Blöcke in jede Richtung geht. Aber wir kommen da nicht vor. Ich bin mir sicher, dass das über der maximalen Bauhöhe ist. Oder in so einem speziellen Bereich. So, dass wir uns nicht hochbauen können. Glaub ich. Wieso habe ich das Gefühl, dass... Aiden wusste, dass da unten Boden ist. Ja, ja. Dass das merke ich. Die Stadt sollte... Vielleicht verteidigt sich die Stadt auch, deswegen fliegen auch die Zombies vermutlich runter. Aber ich kann dazu nicht sein. Ich werde deinen Leuten helfen. Perfekto. Okay, getting back up. Getting back up. Äh, Fire Resistance Trank. Let's see what we've got to work with. Hm, that'll work. What is it? Ah, I see where you're getting at. Nice. Well, would someone care to explain it to me, please? Get ready to build something huge. Maybe the biggest thing of your life. What do you mean? We're gonna build a tower of dirt all the way back up to Sky City. Grab as much dirt as you can carry. Also, wir bauen uns jetzt einfach standardmäßig nach oben. Das ist das Portal, was zurückführt. Ja, aber dazu müssen wir erstmal Aiden finden und ihn aufhalten. Und ich sag's euch, das wird sehr schwer. Und es gibt 10 Episoden insgesamt. Ja, ich denke so. Ich krieg das hin, ich mach das schon. Hey, dieser Wind ist schlimm da draußen. Sind wir dann so weit? Joa. Oh, und Jesse. I appreciate what you did up there. Trying to save me. Ich würde sagen... Oh mein Gott. An der Stelle... setzen wir... einen Cut. Wenn euch die Folge hierher gefallen hat, dann zeigt das doch gerne mit einer positiven Wertung. Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und... Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.